Hallo und herzlich willkommen zurück bei Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruins. Ja, heute geht es natürlich weiter mit der Geschichte, Untersuche, was ist das hier? Felsenhügel oder Schlucht? Ich bin mir nicht sicher. Ah, den Krater. Wir fliegen einfach mal hin und fangen mal unseren Spaß an. So, einfach mal da rein. Ah, da ist jemand. Warte, warte eine Sekunde. Das ist Alvin. Okay. Alvin und die Schippmanns? Oder wie? Ja, Alvin. Oh. Okay. Ich bin in meinen Gedanken, seitdem du geholfen hast. Du wirst nicht wissen, die halte davon. Der Schippmanns hat ihn verletzt. Und wir kämpfleren ein paar weirdos. Es war ein schwerer Weg. In der Ende, es war Rafa, der uns hat. Er kann jetzt fliehen und alles. Ich sehe. Er hat einen langen Weg von diesem wunderschönen, der nicht so lange hat. Alvin. Wir sind zurück, um die Pizze zu beschäftigen. Ich sehe. Die Licht, die aus den Pizze, hat sich verletzt. Die Villager sind, dass es ein portent desastres ist. Die Pizze sind nicht natürliche. Das ist ein Phänomenon. Wie Red gesagt hat, es ist ein Monster entdeckend in ihnen. Ja. Der Herr selbst sagte, Red war richtig. Als Zellert hat das gehört, er hat es sich selbst herausgefunden, um die Pizze zu beschäftigen. Ich verstehe. Wer sind deine Kumpanien? Das ist Kyle und seine Pizze. Sie wissen, Kyle ist ein Hunter. Sie helfen uns in die Pizze. Salutations. Siehst du nicht die Pizze? Ich, ähm, werde ich diese Zeit passieren. Hm? Die Pizze ist einfach hierher. Ich möchte dich selbst unterhalten, aber... Ja, ich werde da sein. Du fühlst dich mit seinem Unterstützung? Ah, du hast die Macht des Kinschips auf deinem Seite. Okay, äh, ja. Dann, ähm, weiter. Sind wir schon drin? Ja, wir sind drin. Aber sowas von drin. Ähm, warte. Kurz austauschen. Und... Zack. Hallo. Und... Sehr spät reagiert darauf. Ja, ja, die sind alle verschmolzen mit dem Licht. Ein verschmolzenes Licht. Äh... Ja, die sind irgendwie ein bisschen gaga am Kopf. Ja. Ich weiß gar nicht warum, aber okay, die sind ein bisschen gaga am Kopf. Ist okay. Sollen sie doch. Jeder ist irgendwo gaga am Kopf. Ähm... Kann ich nicht schon hier rüber? Äh... Ich könnte auch hier rüber. Aber ich weiß nicht, welcher Weg der richtige ist. also gehe ich mal grade aus. Tb t did o b t b d lidu d d di du d d d u d d l d d d d d d d d. n aner n aner n aner n aner n aner n aner n an. D t 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 ok da unkönne und so unten auch. Ah, ok. Der sieht auch verdächtig aus, da drüben. Ah, dann runter. Okay, dann da lang. Mal schauen. Oh, hallo, Großer. Oh, ich höre was. Sackgasse. Wir sind richtig. Ich muss nur an den großen Typen vorbeikommen. Der uns nicht sieht. Gott sei Dank. Oh, hier ist eine Küste. Stoß nah. Hallo, Kumpel. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Okay, wir müssen doch oben lang. Oder? Nee. Okay. Doch an den Typen lang. Den da. Der sieht aus wie... Komm ich da durch? Ja, wow. Ich komm super durch. Ich will gar nicht kämpfen gegen ihn. Kannst du doch nicht einfach aufdecken. Der ist an einem anderen. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Ah. Okay. All bin entschieden, es gut zu gehen, was? Schien so, ja, aber jetzt, wo er und Salat nicht im Dorf sind, mache ich mir Sorgen um die Sicherheit. Ja, nun, genau deshalb müssen wir Ultora aufhalten, wenn er hier ist. Für alle... Wow, wow. Text war kurz. Also sind wir auf der richtige Spur. Ja, man hört's schon. Ihr hört's bestimmt auch. Ja. Hier sind wir richtig. Ich höre es, ich höre es, es ist gut, wie kommen wir mal näher. Okay, da schon wieder Tigrecht. Tigrex. Okay. Heute nach außen. Tigrex. Ganz ruhig bleiben, ich will nur dran vorbei. Da sind wir. Jetzt ist's gleich da vorn. Oder, Kyle? Wir sollten den Krater jem Moment erreichen. Ja. Wir wissen nicht, was uns dort erwartet. Bereitet euch auf das Schlimmste vor. Mhm. Ja, natürlich, ne? Okay. Ran am Speck. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. So. Hey. Intel spotted, Kyle. Intel spotted, Kyle. Scratch marks. Es ist noch warm. Der Monster muss sich näher sein. Es ist Rage Raid! Watch out! Okay. Kann lustig werden. Bist du sicher, sich mit einem Zorn verstreiten, Klevenus anzulegen? Ist halb verloren, wenn du mich fragst. Pass auf, Partner. Der Schwanz ist so tödlich wie ein Großschwert. Mhm. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen, ne? Ja. Auf seinen Schwanz! Was ist los mit dir? Äh, Quatsch. Fähigkeiten wollte ich. Mhm. Mhm. Auch mit dem Hammer falsch. Okay. Dann auf dem Bogen. Okay, egal welche Waffen. Ihr baut Hitze in seinen Körper auf. Seid bitte vorsichtig, Leute. Oh oh. Sein Bauch. Das ist nicht gut. Körper. Kopf. Körper. Körper. Hm. Oh. Ausgehöft gegen Geschwindigkeit? Genau. Monsti wechseln. Astalos. Du bist dran. Okay. Fähigkeit wechseln. Hm. Nimm mal den Hammer. Du bist dran. Du bist dran. Yersack. Weil du willst passtksen. Du bist dran. JET. Du bist dran. fantastisch fantastisch keine schwanzangriffe mehr um die man sich sorgen muss ja davor andere dinge nice nice also blitz anfällig sehr blitz anfällig wieso geschwindigkeit schon wieder blau wunos ist gelähmt sehr schön hau 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 der super aufgeheizte schwanz kann explosive angriffe abfeuern ist mir überhaupt nicht aufgefallen so liebens pulver machen wir mal während andere angreifen ok körper kommentiert haben wir mal den kopf auch ich glaube ich muss mal mein anderes holen rata und ich heile mich mal Lebensraub? Nein ich brauche eine allerheilung so sieht gut aus ich bin ich habe doch hin bekommen ok muss schon mehr ein objekt benutzen das gibt so nicht jetzt muss ich das hier nehmen muss kraft ok benutzt schon eine schwindigkeit sehr schön kopf sehr schön der kopf ist recht gebrochen gut ok was hilft gegen kraft natürlich geschwindigkeit was denn sonst ach da muss ich uns wieder heilen also ihm ok mein freund so und ich heile ihn mal voll im einsatz sehr schön gebrochen so jetzt nur noch eine sache ich kann es noch nicht immer angreifen hatte wird karte heilt ok warum technik ich probiere mal mit war ein fehler das ist auch ein fehler schon besser so sehr schön und ich habe mir herz verloren war nur ein das muss ich schon wieder heilung ich reite erst mal es hat schon von freude let's go sehr schön heilung let's go mach ihn fertig ich habe mir schon gedacht ich habe mir schon gedacht er kann schon ein bisschen dauern also erst ein bisschen hartnäckig scheint als wärst du ein wenig stärker geworden nein da kannst du deine tatzen drauf wetten du warst auch nicht gerade schlecht ja stufe 37 ja nice one to go wie gefällt es und da geht die schichte weiter Wenn ein Monster macht alles, dann ist es sicher zu sagen, dass es wirklich in die Aktion ist. Das bedeutet, dass wir in einem Jamm, und nicht den liebsten. Ja, wir müssen diese Sache finden. Die Zeit ist weg. Hey, Alwyn, warst du für uns? Natürlich, ich war über dich. Was ist die Situation? Wir haben einen Rage-Rage-Monster in der Spitze. Ah, genau wie erwartet. Kyle, bist du verletzt? Du bist verletzt. Es ist von wenn er bravely schildert Anna. Heroic, 10 aus 10. Positively claudatisch. Ist das wahr? Ich habe was zu tun. Kein Problem. Du warst nur auf der Seite der Protektor, Kyle. Du hast meine Dank. Komm schon, wir gehen jetzt. Du wirst nicht gehen und treffen mit dem Älder, Anna? Ich würde gerne. Aber ich bin Angst, dass wir nicht eine Minute haben müssen. Bitte halten die Stadt sicher. Ich werde. Ich bin Angst, dass du gut bist. Ich bin Angst, dass du gut bist. Ich bin Angst, dass du so gut hast, hat mich zu schädchen. Aber bitte, sei bei dir. Die mysteriösenen Wälder, die versucht, zu retten Ratha, können dich wiederholfen. Das ist nicht so ein Worry-Wiskers, Alwyn! Wir haben das! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Auf Wiedersehen. Bitte, keep Anna safe. Hey, unsere Erkundungsgruppe ist zurück. Lass uns später bei den Stallungen nach ihnen sehen. Ja, 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 ja. Erstmal müssen wir... ...nach oben. Ach, ist das toll. Nach oben. Huiiii! Und da hin. Genau. So. Sehr schön. Dann... ...müssen wir da zurück... Nee, hier. Wollen wir mal gucken. Locke... ...äh... ...äh... Ich weiß gar nicht... ...Dana, ne? Feldschlucht... ...glaub ich. Nicht wir richtig? ja doch 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 okay dann können wir hier speichern speichern wir mal hier wir sind schon frisch stufe 37 das ganz gut und halt so neu bis auf meinen kanal gerne abonnieren und glocke nicht vergessen zu aktivieren und wir sehen uns am morgen wieder bei monster hunter stories zwei wings of rings ja schon mit v schön mit euer dieschen tschüss ja 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 ja